Servus Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir reagieren heute auf Samra und Kalash mit dem Song Shakira. Los geht's jetzt. Also ich mag ja so Piano Beats, Klavier Beats, also die machen immer eine gerade Atmosphäre und deswegen bin ich hier auf den Einstieg gespannt von Samra. Wir haben jetzt schon öfters reagiert auf Samra und der Einstieg fand ich interessant. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Ich dachte wieder, es kommt so einer Auf-die-Fresse-Song. Aber das sind mal etwas leisere Töne vom Beat her. Dementsprechend... Video wieder von Heiko Hammer. Ist man gewohnt von Samra. Also dementsprechend Video kann man dieses Gegensagen. Auf Chelsea. Das Hemd und die Jacke von Elvie. Sie machen am Boulevard Selfie. Denn vielleicht geh ich flühe so wie James Dean. Fünffünfziger Bosch ist beide. Und die Milf sagt Vorsicht kleiner. Doch ich bleibe ein Forti... Ähm... Es gibt no Hate und keine Kritik an Samra. Aber ich finde, seinen Flow hört sich immer gleich an irgendwie. Dementsprechend... Finde ich viele Songs von ihm halt irgendwie gleich. Leider. Jetzt fängt wieder die Hook an. Die Hook war ja auch am Anfang gewesen. Die Hook... Nicht unbedingt zu meinem Fall, sage ich mal. Ich bin gespannt auf Kalash. Also den kenne ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend bin ich gespannt auf seinen Part. Paul ist zu spät. Dealer im Seidenhemd von La Martina. Sie kolumbianisches Koks wie Shakira. Chris aber sie nennt mich die Cabrio. Fahre mit Samra im Cabrio. Mein Hals durft nach Amal. Also eins muss man Samra lassen. Und zwar er hat immer einen krassen Kleidungsstil. Der Hoodie, der weiße Hoodie kombiniert mit den weißen Schuhen. Holy shit. Also rein modetechnisch kann ich mir von Samra nur einiges abschauen. Also Kalash hat eine angenehme Stimme. Ich dachte jetzt auch, dass das auch so ein Flexer wäre. Der übelste Upfloat. Aber er hat eine angenehme Stimme. Gelabene Heckler im Wagen die Backstash. Und kommt die Kripo, geben wir direkt Gas. Kein Hunger, ich bunker 100.000 in 500. Jetzt guck mal, der Kellner bringt Champagner und gibt Oma. Angenehmer Flow. Ähm Kalash 44. Will ich mir wahrscheinlich mehr öfters geben. Also ist das ein Newcomer? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Geh in die Louis Boutique und ich. Lass chinkern. Leben ver. Geht seh die Welt oder Segeser. Bau ein L-Blatt. Rauch es im Fenster. Bring mir ein Weißwein. Sag ich zum Kellner. Zwei Tage wach und die Nase voll Koks. Hebe 20k ab und setz alles auf rot. Ich hab hunderte Batzen in Tasche gerollt. Ach, meine ganze Matratze ist voll. Machen viel Para. Musikballer. Der Flow wechselt eben, eben fand ich nice. Die Abwechslung ist vorhanden. Dementsprechend, ich find Kalash Part irgendwie frischer und interessanter. Weil, Sambra kennt man halt innen auswendig. So Flow variationsmäßig. G-Klasse, Euros und 4 Dollar. Drei Kilo Schnee in einem weißen Mercedes. Schreib ein Gebet auf, bevor es zu spät ist. Die Lams. Shoutouts gehen raus an, wie heißt der Produzent, Lucas Piano, Cordy, Gekko, Saar und Schocker F. Die ich bin verdächtigend, sag ich mal. Also Beat-mäßig, next level. Seiden M von La Martina. Sie kolumbianisches Koks wie Shakira. Drei Kilo Schnee in einem weißen Mercedes. Schreib ein Gebet auf, bevor. Also je öfter ich die Hook höre, desto interessanter findest du sie eigentlich. Beim ersten Mal hören dachte ich mir so, langweilig. Beim zweiten Mal dachte ich mir so, doch nicht ganz so schlecht. Beim dritten Mal feiere ich die Hook irgendwie. Alter, ich bin einfach nur ein Typ, der gar Musik hört. Und kein Musik-Experte oder so. Macht nur Spaß und Freude. Dementsprechend, krass. Krass. So Leute, das war's für den Song. Ich muss wirklich sagen, mir hat der Song schon gefallen. Jetzt kann übergrat das Flexbrett, sag ich mal. Aber dementsprechend andere Töne, etwas leiser gehalten. Sehr atmosphärisch, sehr schön. Ich fand vor allem interessant, dass Sandra nicht geraucht hat in dem Video. Und geschnipst hat mit der Zigarette. Auch mal was Neues. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die nächsten Videos. Bis dort sind alles gut. Bis dann.